hallo und herzlich willkommen hier es war heute in folge hier gerade am arsch und wir werden jetzt hier auf 244 düngen bevor wir später noch kuppern werden um so einen dünnerstück schon mal weg rein zu bekommen komische weise geht das mit n da dick nicht zu und wenn ich jetzt auf traktor gehe auch nicht egal lass auf sein wir werden ganz kurz kurs programmieren und zwar kurs generierung gefördert nur 44 vorgewendet 21 fahrzeug 7 prozent urzeigersinn kurs programmieren soll das 44 problem sein zurück und einstellen ich war ja mal jetzt mal nicht ab kein thema normalerweise wir gehen gerade neu aufnahmsession wünschen allen schönen guten einen schönen wochen start hier irgendwas ich wollte wasser diesel ne wasser ne wasser für die produktion 80 wasser ok das wollte ich machen also wirklich prinzip im gang drin dann müsst ihr noch paletten hinbringen absente ist abgeerntet abgeschlossen der kollege ist im grunde fertig wir machen mal kurz nach arbeiten und der wollte vorgetankt werden das machen wir gleich dann können wir auf feld nummer drei gruppen zum beispiel was man machen wollte ist gras mit gras wollte ich anfangen da dachte ich mach mal heu zum beispiel oder halt silage mal sehen so vergäng so geht läuft besser jetzt aber wir haben wir jetzt noch für 3 fahren und dort gruppen habe ich mir recht erinnern wir haben uns schon da gedüngt und von ihrer pech gehabt aber ich glaube schon dass er gedüngt habe so dann das fürfall 2 und war gespeichert hat er hier kurse gespeichert aber es kann sein ich habe mich hier schon mal gespielt auf dem rechner kursgenerierung feld nummer drei zwei wort vorwände automatisch hochzeiger sind dann immer ganz kurz und einstellen dann brauchst du 15 minuten ok das passt die wir zum nächsten fahrzeug nachholz waren jetzt keins lkw ja das war hier mit geht hier das sind die traktoren die funktionieren das war feld nummer 18 aber hier gedüngt nicht 54 dann ist düngen fertig hier war ja prinzip wie kalt und das habe ich schon gedüngt dann können wir hier auch näher mein ding sind waren den fahren wir jetzt mal zurück zum hof das kann auch rein machen da muss ich mich beschäftigen gras sammeln gras mähen ja genau na gut da habe ich ja zum not den anderen pkw ich muss mal nachdenken gras mähen wollte ich machen legen legen wollte er ist zuckerfabrik gang bringen also paletten mäßig müsste noch ein paar haben wenn auch nicht viele mal gucken wo ich die andere lkw habe beziehungsweise wo habe ich die acht da steht schon noch unser whisky das wollte ich noch machen dass da zumindest am anfang ein paar paletten da sind könnte die auch kaufen aber wozu ne das muss ja nicht sein so läuft alles läuft fehlerfrei bis jetzt ja man weiß ja immer nicht ne gestern lief noch alles heute ist wieder alles ja unter alle sau so dann fahren wir Richtung Sägelwerk und holen wir die paar paletten die ich da habe ansonsten werden welche hergestellt so müssen wir neben dem gras mähen jetzt haben wir 13 uhr ja ob ich dann heute gras mähen oder morgen alles um einmal geht sowieso nicht die auswahl raps hat muss ich so noch warten ein paar tage grob gerechnet am Tag 5 und Tag 6 vom Sommer ich sage mir erst Tag 3 haben oh bin ja gespannt das klappt was ich da vor einer Woche eingestellt habe das muss man dazu sagen äh das kann ich jetzt gar nicht genau sein also kann doch sein das nicht funktioniert also äh ist das Ding da neu links Bretterpaletten aber ich brauche hier Euro Paletten äh Euro Paletten wie heißen sie auch die Paletten normalerweise ja die normalen so Leer Palette Maximum nur 9 ne immerhin alles andere ist nicht so wichtig das ist das ist wüsste ich bei Gelegenheit mir geht einem auch komischerweise bei dem einen Taktor geht es nicht keine Ahnung warum so ist hier Paletten oder ist nicht Paletten ist 7 2 8 9 gut dann fahren wir nochmal zum Sägeweg äh Quatsch sind doch gerade am Sägeweg sind doch gerade am Sägeweg ne wir fahren jetzt zur Zuckerweg neue Paletten neue Paletten Zucker sollte halt kein Problem sein ansonsten müssen wir noch ein Fahrzeug los schicken mit Zucker das ist ja auch noch so machen äh äh steht der unser Düngerstreuer da ist er den wir gleich los schicken den 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 damit er entsprechend arbeiten kann da muss ich gleich mal den Taktor wegnehmen sonst steht der nur Wege ja sagt er ist gut für Thüringen aber das sollte jetzt ausreichend sein das produziert mal für hier ne so Kartoffeln ne ne wieso ist das Kartoffeln wieso Zuckerrüben normalerweise Zuckerrohr, Zuckerrüben hier spinnt er auch noch sieht wie lange es dauert guck mal Uwe sieht der auch nicht an Thüringen ne jetzt noch mit dem schneller vielleicht wenn er rausfährt aus der glück gut gut sogar 30 prozent mehr guter dauert ein bisschen liegt also nicht einer an thüringen gerade halt hier mit denen ja wird ein leichter absturz passt alles das genau gleich doch jetzt geht es auf mensch das kinder ist das nur los ich weiß es nicht die gerne da am stahl in der scheune in der garage das war ja der andere das ist ja das ist eine gemessere verlassen wird nicht funktioniert das weiß ich auch nicht der andere denkt ja auch feldnummer 44 sollte eigentlich reichen normalerweise grasmähen muss ich auch noch machen aber erstmal paletten hinbringen zur zuckerbrieke so mistgülle das reicht noch eine weile eine weile reicht es noch aber man weiß nicht lange dann geht weiter die man auch noch ja gut genug arbeit oder gruppe erarbeitet schon ich muss ja nicht überall raps einbringen also so ist auch nicht aber stück für stück so zockerfabrik links oder mal ist die lageballen und kribbelt eine nase was ist nun los bildschirmschoner und hier daraus geht nicht her das der aufnahmerechner geht die monitore aus aber hier links modus meine sorge war es gewesen das aufnahmprogramm nicht äh läuft es wäre schlecht wenn man das nicht dran denkt muss kontrollieren so da müssen die dinger hin wasser wir müssen mal gleich gucken ob der auf wasser abkippt ne zucker ja das gesunde zeug oh hm hm man weiß nicht was angebracht hat das symbol kann man reinsehen deich vor ort das weiß ich jetzt nicht müsste ein gebäude sein wo im prinzip das neue was wir platziert haben also hier irgendwo wasser hat er gebracht 70.000 ok und rüben schnitzel die können wir ja bei bgh verarbeiten so kippt er ab links oder rechts jetzt ist es rechts wenn wir ganz kurz hier warten und die nächsten fünf wieder aufladen und dann entsprechend in die vier und da nachher die auch noch nach vorne hinstellen sonst bleiben die unnutzerweise stehen bringt ja nix jetzt haben wir das auch ledig das können wir entsprechend zurückfahren zucker dauert eine weile fahren wir zurück und dann bereiten wir uns mal vor für gras mähen zwei traktoren und der geht los fangen wir auf 19 an 19 kann zwei arbeiten und auf die einzelnen kleinen felder hier einer und dann geht es weiter auf die schön grün hier ne geht es richtung ich gucke noch rechts zurzeit bumm das soll es auch schon heute gewesen sein ich sage mal vielen dank fürs reinschauen dann behalten wir tschüss und tschüss ja morgen geht es hier weiter hier zum marsch mit gras mähen tschüss ja 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 ja